Heute möchte ich euch den Prader Lommen Intens vorstellen. Er basiert auf einer Irisblüte, die mit süßen Noten ergänzt wird. Er eignet sich besonders an kalten Tagen wie Winter- und Herbsttagen, macht aber auch sonst eine sehr gute Figur. Gefällt euch bereits der Prader Lommen in der Standard ohne Toilette Variante wird euch dieser Duft ebenfalls sehr gefallen. Prader Lommen Intens – schaut vorbei und probiert ihn aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017